Frau Schneider, Sie haben das Wort. Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, ich fürchte, dass ich jetzt nicht so viel Beifall kriege wie in meiner ersten Rede. Die geltenden Polizeigesetze sind vor sieben Jahren von der CDU-Bürgerschaftsfraktion beschlossen worden. Sie galten damals als die schärfsten Polizeigesetze, Herr Münster, Sie hatten es gesagt, Deutschlands, so rühmte sich jedenfalls die CDU. Sie zeichnen sich durch den drastischen Ausbau der Polizeibefugnisse und durch die nicht minder drastische Beschränkung von Freiheitsrechten aus. Etliche Regelungen dieses Gesetzes sind in den vergangenen Jahren durch das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Allein aus diesem Grund ist die Reform des Hamburger Polizeirechts also seit Jahren überfällig. Nach unserer Auffassung ist es dringend geboten, auf dem Weg, den die CDU damals eingeschlagen bzw. dem Weg, den sie damals forciert hat, umzukehren. Die Gesetzesnovelle, die der SPD-Senat vorgelegt hat, korrigiert Details und hebt ganz offensichtlich verfassungswidrige Bestimmungen auf. Doch die Anforderung einer dringend notwendigen Reform des Polizeirechts erfüllt die Novellierung des SOG und Pol-DVG, die heute beschlossen werden soll, nicht. Sie schöpft das verfassungsrechtlich Zulässige bis an die äußerste Grenze aus und geht teilweise darüber hinaus, wie dem Senat selbst ja auch bewusst ist, kann man im Protokoll nachlesen. Denn sie setzt nicht nur die bisherige Linie fort, sondern sieht sogar Verschärfungen vor. Ich will nur einige nennen. Die Polizei soll in den Waffenverbotszonen zusätzlich die Befugnis erhalten, verdachtsunabhängig Personen zu durchsuchen. Die längerfristige Observation, die bisher nur zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr für Leibleben oder Freiheit einer Person durchgeführt werden durfte, soll zukünftig bereits zur, sehr vage formuliert, Abwehr einer Gefahr erfolgen. Hier sehen wir die für das ganze Gesetzeswerk typische Herabstufung des Gefahrenbegriffs, der dieses Kernstück des traditionellen Polizeirechts noch weiter aushöhlt, als er schon ausgehöhlt ist und ihn damit faktisch beerdigt. Das ist in rechtsstaatlicher Hinsicht ein riesiges Problem. Denn die Staatsgewalt greift im wachsenden Ausmaß in die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern ein, die nicht sogenannte Störer sind, also weder einer Straftat verdächtig noch für eine bestimmte Gefahr verantwortlich sind. Weiter, beim großen Lauschangriff darf die automatische Aufzeichnung von Gesprächen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, fortgesetzt werden. Das strikte Verbot staatlicher Überwachung in einer Zone des Höchstpersönlichen wird so umgangen. Der unantastbare Kernbereich privater Lebensgestaltung ist damit eben nicht mehr unangetastet. Die strikte Grundrechtsbindung auch bei privater Überwachung wird preisgegeben. Der einsatzverdeckte Ermittler soll durch eine Herabstufung des Gefahrenbegriffs erleichtert und zur Verhütung von Straftaten statt wie bisher zur vorbeugenden Bekämpfung erlaubt werden. Durch beides sind die Eingriffsgrenzen so weit gedehnt, dass sie faktisch beseitigt werden. Die Polizei hat de facto ein unangeschränktes Wahlrecht beim Einsatz verdeckter Ermittler. Das ist rechtsstaatlich umso problematischer, als der einsatzverdeckter Ermittler nicht unter Richtervorbehalt steht. Hier entscheidet nur die Polizei, die Exekutive und sie wird dabei weder von der ersten noch von der dritten Gewalt kontrolliert. Die Befugnisse der Polizei zum Abhören von Telefongesprächen durch Telekommunikationsüberwachung werden ausgeweitet, indem der Gefahrenbegriff herabgestuft wird, die Sachverhalte und der Kreis der möglichen Zielpersonen ausgeweitet werden. Die Quellentelekommunikationsüberwachung wird eingeführt, die Polizei zur Veränderung informationstechnischer Systeme ermächtigt. Damit wird dieses wichtige Grundrecht, und es handelt sich um ein Grundrecht, der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme verletzt. Der Verdacht liegt auf der Hand, dass hier das Startzeichen für die Einführung der Online-Untersuchung durch Suchen gegeben wird. Personenbezogene Daten sollen im Rahmen der polizeilichen Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten der EU und Schengen-assoziierten Staaten an öffentliche Stellen sowie an Agenturen oder Einrichtungen übermittelt werden. Datenschutzrechtliche Fristen dürfen aufgehoben werden, wenn die Daten zur Verhütung von Straftaten benötigt werden. Damit wird noch unüberschaubarer, wo, welche Daten, von wem, aus welchem Grund, zu welchem Zweck, in welcher Datei, mit welchen Löschfristen bespeichert sind. Die vorliegende Novelle setzt also die seit Jahren vorherrschende Tendenz fort, traditionelle Begrenzungsmechanismen polizeilicher Befugnisse, polizeilicher Macht zu beseitigen. Den sowieso schon üppigen Möglichkeiten der Überwachung und Datensammlung werden mit der Novelle weiterhin zugefügt. Das rechtsstaatliche Prinzip der Transparenz polizeilichen Handelns wird noch stärker als bisher schon durch das Prinzip des Geheimen abgelöst. Das ist ein verhängnisvoller Weg und es gibt renommierte Kritiker wie den Strafrechtler Peter Alexis Albrecht, die die Polizei auf dem Weg zur Geheimpolizei sehen. Die Überwachungstechnologien, die der Polizei zur Verfügung stehen und weiter zur Verfügung gestellt werden, mögen ihnen im Einzelnen zumindest teilweise als begrenzte und wenig einschneidende Eingriffe erscheinen. Aber in ihrer Summe verursachen sie hohe, sehr hohe bürgerrechtliche Kosten, die all jene zu tragen haben, die zu Objekten heimlicher Ausforschung, verdeckter Datenerhebung und unsichtbarer Kontrollpolitik gemacht werden. Und das kann, soweit sind die Regelungen gefasst, jeden Bürger, jede Bürgerin treffen, ganz unabhängig von ihrem Verhalten. Besonders schlimm ist, dass in der Praxis ausufernder Überwachung rechtliche Regelungen auch umgangen werden. So ist die Zahl der stillen SMS, die dem richterlichen Vorbehalt unterliegt, stark gestiegen. Nachdem aber die Amtsgerichte 2008 und 2009 entsprechende Anordnungen oft verweigert haben, wurden die Anordnungen fast nur noch durch den Polizeipräsidenten getroffen. Die gesetzlich dann verpflichtende und eben nicht ins Belieben der Polizei gestellte nachträgliche Bestätigung wurden in 94 Prozent der Fälle nicht eingeholt. Diese Missachtung rechtlicher Bindungen durch die Exekutive ist inakzeptabel. Meine Damen und Herren, das oberste Gebot in einem demokratischen Rechtsstaat ist das einer transparenten Polizei, die durch Offenheit den Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen vermittelt. Weil die vom Senat vorgelegte Gesetzesnovelle diesem Gebot in keiner Weise genügt, weil sie die Begrenzungsmechanismen für polizeiliches Handeln weiter aufweicht, haben wir eigene Gesetzentwürfe mit den folgenden Eckpunkten vorgelegt. Wir wollen die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Polizei stärken. Wir wollen die Möglichkeit verdachtsunabhängiger und zielgruppenspezifischer Kontrollen von Personengruppen in Gefahrengebieten und Durchsuchung von Personen in Waffenverbotszonen sowie die Möglichkeit, in solchen Gebieten Aufenthaltsverbote zu verhängen, aufheben. Bei in Gewahrsamnahmen muss unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeigeführt werden. Der Einsatz von verdeckten Vermittlern wird aus dem Gesetz gestrichen. Der Gefahrenbegriff wird wieder geschärft. Die zu schützenden Rechtsgüter werden abschließend benannt. Bei erheblichen Grundrechtseingriffen wollen wir die unmittelbar bevorstehende Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person als Voraussetzung normieren. Transparenz und Kontrolle der Polizei müssen hergestellt werden. Unsere Gesetzentwürfe sehen deshalb die individuelle Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor, sowie einen parlamentarischen Kontrollausschuss der Bürgerschaft, um verdeckte Ermittlungsmaßnahmen zu kontrollieren. Ich möchte jetzt noch ein Wort zu dem FDP-Antrag. Den Entwurf des Senats gibt es seit sieben Monaten, fast auf den Tag genau sieben Monaten. Es gab drei Beratungen. Die FDP war nicht unbedingt immer vertreten. Und wenn sie vertreten waren, hat sie nichts gesagt. Und wenn ein Tag vor der Lesung ein Antrag kommt, der von der GAL auch noch abgeschrieben ist, dann finde ich das echt ein Armutszeugnis für eine Partei, die sich bürgerrechtlich nennt. Schönen Dank. Danke. Vielen Dank.